Heute seht ihr die Top 5 der besten Roblox-Spiele aller Zeiten. Am Ende des Videos ist sogar ein geheimes Spiel versteckt. Das willst du auf gar keinen Fall verpassen. Los geht's! Kasper, hallo! Ja, pass auf, pass auf! Wow! Was war das denn? Schneebälle, die von oben kamen. Bist du, hier können wir wieder den Knopf nicht drücken, aber diesmal... Aua! Oh mein Gott, was ist das für ein Knopf? Die Weihnachts-Edition. Ist das so ein Piggy-Knopf hier, oder was ist das? Ich weiß nicht, was das für ein Knopf ist, aber auf jeden Fall... Oh Gott, guck mal, hier vorne können wir durch. Das ist ja wie bei Katastis Castle. Guck mal. Und wir können Geweines-Geschenke einsammeln, ne? Wie bei Stumbleguys. Guck mal, schnell durch hier. Achtung, Achtung, Achtung. Können wir hier... Was ist das für ein Glubberding? Die Säure, die Säure! Ah, das war nicht so schlimm. Okay, jetzt Achtung. Wow! Okay. Gut geteilt auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Ah, nein! Ich bin auch runter. Ich bin runtergefallen. Ich bin auf deinen Kopf gefallen. Ey. Jetzt bin ich wieder unten drinnen. So, komm, ich drück den Knochen. Ja, drück drauf. Schön Weihnachtet. Da vorne! Was ist da? Wieso? Hier ist ein Zirkus. Hey, wie cool ist das denn? Was soll hier sein? Ich glaube, oben. Achtung, warte. Hä? Ist hier irgendwas? Oh mein Gott. Da kam doch gerade was geflogen, oder nicht? Kam gerade von oben irgendwas runter. Okay, da war es schon mal zugestellt. Wir haben immer noch mehr. Guck mal, das Piggy. Ah, lol! Da ist Piggy eingesperrt. Warte mal, warte mal, warte mal. Als Tiger-Piggy, glaube ich. Hier kann man den Blue Rainbow Friends spielen. Für 400 Oba. Oh mein Gott. Pass auf. Und Fakiwaki! Pass auf, pass auf. Wir liegen überall wieder Schneebälle. Was ist da? Die sind da runtergekommen. Ah, lol. Habe ich gar nicht gesehen. Und mit den Schneebellen musst du echt aufpassen, ne? Die, ich sag mal nochmal kurz. Ja, die darf man nicht mehr. Stimmt, man kann echt Rainbow Friends spielen. Jetzt drücke ich mal auf den Knopf. In Ordnung. Okay, drück mal rauf. Ich bin mal gespannt, was passiert. Okay, warte. Ich warte, bis er grün wird. Oh, komm schon. Drück auf den Knopf drauf. Krass, was? Ja, Lill, los! Yes! Oh! Was ist das denn? Hoch? Sollen wir da hoch? Baumwoll? Da kann man einfach hochlaufen. Und jetzt? Wie soll man denn da hochgehen können? Jetzt! Hoch springen. Was sollen wir denn machen? Aber ich kann da fast nicht hoch. Hä, was sollen wir hier machen? Ganz nach oben, glaube ich. Ganz nach oben, oder nicht? Hä, hier sind schon wieder so Pickies. Irgendwelche Wolken sind hier, ne? Hä, was sind das? Und guck mal, siehst du auch die Lade und das Wasser? Au, der hat mich geholt mit seinem Schwert. Hä? Ah, lol, der da oben? Nein, der hat mich so ein anderer Typ mit seinem Schwert geholt. Ach so. Okay, komm, drück du drauf. Ich drück den Knopf. Ey, der holt uns jetzt hier die ganze Zeit. Was soll das? Ja, was soll das? Der soll mal abhauen. Okay. Oh nein. Wo sind wir? Entscheide ich eine Seite. Links drüber, links drüber. Ah, das ist wie das Dumblgeist, ne? Ja, genau, genau. Mitte nicht mehr berühren jetzt. Achtung, der hat das Schwert wieder in der Hand, ne? Oh nein. Oh oh. Will der uns schon wieder hauen? Ich weiß, es macht nichts. Oh mein Gott. Pass bloß auf. Oh, hier muss man durch, ne? Oh. Töte alle steht da, ne? Ja, 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 ja. Pass auf, der ist neben dir, oder? Oh oh. Oh, jetzt musst du... Er hat das Schwert in der Hand. Oh, das war ein Bait. Nein! Das war ein Bait, Kaspar. Mann, ich bin drauf reingefallen. Du bist drauf reingefallen. Ich bin so blöd. Und hier ist jetzt so eine grüne Wand. Ich sehe dich da drüben. Komm, du schaffst das. Alles entspannend, Bro. Ich schaff das hier, ne? Du schaffst das. Sehr gut. Pass auf, der Typ. Oh mein Gott. Nur noch du und der eine mit dem Schwert. Der ist ein Abhauen, ne? Mit seinem doofen Schwert. Hä? Oh, er hat dich gehauen. Ich bin einfach so draufgegangen. Warum denn? Ich glaube, er hat dich gehauen. Ich glaube, er hat dich gehauen. Ich glaube, er hat ein unsichtbares Schwert. Ich glaube auch. Und er hat es jetzt geschafft. Was soll das denn? Ich gehe jetzt in den Shop und ich kaufe mir auch da so ein Schwert. Frechheit. Okay. Ist echt eine Frechheit. Oh, er hat den Knopf gedrückt. Ich drücke auf den Knopf drauf und... Was ist da oben? Ach, er kann alle Geschenke jetzt einsameln. No, jetzt darf er das einsameln. Das sind keine Geschenke. Das ist Bacon. Das ist Bacon. Achso, Bacon. Okay. Ich bin mit dem Knopf gedrückt. Oh Gott. Die P-Gutsche. Oh mein Gott, schnell ins Haus, rein ins Haus. Nein, 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 nein. Wir müssen ins Haus. Ja, ich bin im Haus drin. Ja, ich sauer. Oh Gott. Oh Gott. Wir sind in den Piggy drin. Guck mal, wer ist der Glatzkopf hier? Oh mein Gott. Oh. Hey, das war jetzt das Schallgarde. Ich gucke mal ganz kurz im Shop. Da kann ich im Shop jetzt hier gucken, während jetzt gerade die anderen Sachen laufen. Das kann man da kaufen. Ich gehe jetzt hier rüber zum Shop, weil... Die Rutsche von Piggy, ne? Oh Gottes Willen. Lego Spider-Man. Hä, was ist das für ein Haus, was man sich da aufbauten kann? Aber hier sind keine Schwerter. Wo hat er denn das Schwert her? Wahrscheinlich hast du eine Runde oder sowas bekommen, ne? Oh mein Gott, geh mal ins Haus rein. Geh mal ins Haus rein. Hier ist eine Weihnachtsfabrik. Geschenke. Nordpol. Ist hier alles Lava? Geh mal ins Haus, schnell. Das ist voll krass. Ich bin im Haus. Hä, nein, bist du nicht in dem weißen? In welchem weißen Haus? In dieses weiße Haus rein. Ah, warte, ich gehe rein. Ich gehe rein. Geh rein, geh rein. Alter, was da alles drin ist, ist ja geisteskrank. Auch die Weihnachtsfabrik, ne? Guck dir das mal an. Hä, hier gibt es ja voll viele Sachen. Hier auch diese gruseligen Monster, die man sich holen kann, ne? Geschenke und sonst. Guck mal, das ist ein Bild vom Weihnachtsmann, ne? Wir müssen auf jeden Fall so ein Kuchenschück sammeln, habe ich gerade gesehen, ne? Wenn man ein Kuchenschück sammelt. Ja, was kostet hier das Auto? 1500 Bacon. Kann ich auch Bacon kaufen? Ui. Shop. Hier. Oh mein Gott, das Haus ist immer noch da, ne? Was eben noch da war. 20.000 Bacon. Ey, der Typ ist mit seinem Schwert wieder unterwegs. Der holt nur mich. Okay, Klaus ist weg. Oh. Aufgedrückt. Oh, da hoch, hoch, hoch. Oh, Parcours, Parcours. Was? Wir können einen krassen Parcours machen, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott, schnell nach oben. Okay, das ist nach oben. Wir sind in so einer krassen Weltall. Über die Polizeiautos auch rüber hier? Oh mein Gott. Da steht sogar Police. Okay. Über den BMW. Oh nein! Ich bin auch untergefallen. Verdammt, wie kann man so ein Einheit... Nein, ich wollte... Nein! Wir sind so schlecht. Das ist unglaublich. Wir sind echt schlecht. Was ist denn heute los? Wir sind jetzt auch noch auf so einem Kackefeld. Oh, wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Da, Sonic. Pass auf. Oh nein. Das ist ein Laufbandtier. In den Schredder rein. Pass auf. In den Schredder reinlaufen, Kaspar. Da muss ich nicht rein. Da muss ich nicht rein. Oh Gott, die ganzen Kisten hier. Ich habe ein Auto. Oh nein. Siehst du mich? Wie cool. Komm hier rüber. Komm hier rüber gefahren. Wenn du schnell genug bist, schaffst du das. Okay, warte mal. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das. Mit Speed. Mit Speed. Ja. Ja. Oh mein Gott. Oh, was? Hoch. Hoch. Nein. Was passiert? Ich bin draufgegangen. Ich bin auch draufgegangen. Verdammt. Warum? Ey. Ja, weil man durfte den Tod noch nicht berühren. Ey, das sah voll cool aus, Alter. Das sah voll cool aus. Wie du es einfach geschafft hast, drüber zu fahren. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es so easy klappt. Das sah mega verrückt aus. Okay, ich drücke den Stopp. Ich drücke den Rücken. Oh Gott. Hoch irgendwo. Hoch. Hoch. Schnell. 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 Bevor nachher in die Sand blüßt. Nein. Beim gelben hoch. Und dann springt. Oh mein Gott, das ist ein Haus schon wieder. Ey. Du hast mich geschubst. Ja, was, Bro? Hab ich gar nicht. Du hast mich geschubst. Oh mein Gott, du musst dich beeilen, ne? Das Wasser steigt, glaube ich, gleich. Du hast mich geschubst. Nein, hier oben nicht hoch. Nicht hoch. Nein, 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 nein. Ey, Bro, der Typ ist so nervig. Was will der denn? Wir sind abhauen. Wir sind abhauen. Was will der von uns? Oh, oh. Der lässt mich in Ruhe. Das macht man nicht, Leute. So spielt man nicht. Nein, so spielt man nicht. Ach du Kasper. Oh, ich hätte es aber geschafft. Ich drücke den Knopf. Ich drücke ihn. Oh mein Gott, was ist das denn? Der blaue Rainbow Friend, pass auf. Nein, nach oben. Wo ist der? Der ist richtig stark. Der ist richtig stark, Alter. Ja, der hat richtige Muskeln. Ich bin auf dem Baumhaus drauf. Ich bin direkt auf dem Baumhaus drauf. Der geht immer nur ins Fitnessstudio. Ich bin am höchsten. Ich bin am höchsten, Kasper. Ich bin auf der Baumkrone. Oh mein Gott. Hier bist du hier oben? Oh mein Gott, komm mal hier oben. Ja, ja, ja. Sehr gut. Okay, noch höher. Okay, kann man höher gehen jetzt hier? Hier kann man höher gehen, glaube ich. Nein, oder? Ich bin am aller, aller, aller höchsten Punkt. Ich will noch höher. Ich will noch höher. Alter. Ja, und ich komme noch, ich springe sogar noch auf dich rauf. Ich bin runtergefallen. Oh Gott. Ich weiß, dass der Typ kommt. Okay, komm, drück auf den Knopf. Schnell, 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 schnell. Okay, ich drück drauf. Ich habe gedrückt. Ich habe gedrückt. Breaking news. CP war die Ursache für eine Infektion. Aber warum? Oh nein. Nein, der von Piggy. Der potato Typ. Mr. Piggy. Okay, und warum? Ich sammle Speck ein. Hey, hör auf. Und ich habe das Spielauto. Tja. Sehr. Ja. So ein Ding. Da bin ich wieder. Hallo. Hallo. Oh mein Gott, ich drück auf den Knopf. Ich drück drauf. Ich drück drauf. Oh Mann. Ja. Schnell, schnell, schnell. Ja. Schnell nach oben. Hier, der Professor. Was sagt der? Gern geschehen. Oh mein Gott, ich werde es als erstes holen. Ich werde es als erstes holen, Leute. Nein. Easy peasy. Ich hole dich ein. Ich hole dich ein. Oh mein Gott, das ist ein Fließband. Nein. Nein, ich bin draufgegangen. Ich wusste, dass du da drauf gehst, weil du schlecht bist. Aha, ich bin also schlecht, ja. Kollege Schnüerschuh. Oh mein Gott. Das nimmst du mal ganz schnell zurück. Ich bin fast oben, Leute. Ich bin. Wow. Wow. Ja, ich habe hier Roboter-Korts. Oh mein Gott, das will. Ich habe ein Abzeichen bekommen. Hilft dem Wissenschaftler. Mann. Wieso kriege ich das nicht? Ich habe es nicht. Abzeichen verliehen. Robot-Korts einfach, ne? Ich wollte das doch auch haben. Jetzt hänge ich hier oben fest, oder wie sieht es aus? Oder wie oder was? Ich schaffe das jetzt. Guck mal, mit Ansage. Ich schaffe das jetzt. Äh, niemals. Du bist ein kleiner, eine kleine Baby-Ameise, wie du da hinten läufst. Hau ab, Bro. Jetzt mach ich keine Faxen. Ich bin so weit wie noch nie. Oh mein Gott. Ich bin so weit. Ey. Hast du mich abgeschossen? Nein, niemals. Was ist das denn? Wow, Kasper. Hä? Was ist denn jetzt los, Broxo? Ey, die Zeit. Sie ist angehalten kurz. Ey, was war denn der da los? Pass auf, pass auf, pass auf. Folgendes, wir müssen heute wieder, oder wir dürfen nicht auf den Knopf drücken, ehrlich gesagt. So, es passieren wieder ganz komische Dinge. Nein, nicht ins Tor. Ich halte ihn. Ich halte ihn. Hä? Warte mal, auf welches Tor spielen wir denn? Nein, das geht vorbei. Oh nein, wir schubst ihn runter. Nein, warte mal. Hä? Nein, nein. Ich habe den Ball runtergeschubst. Nein, ach Mann. Ach, selbst schuld, ey. Hier, aber ich habe einen Teddy, wenn du magst. Na, danke. Na, perfekt. Ja. Oh, okay. Oh, das ist meine Münze. Ich glaube, wir können leider kein Teueres mehr schießen, aber kein Problem, wir können jetzt mal probieren, den Knopf zu drücken. Okay, ich drück auf, oder du drückst auf. Oh, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf ihn, pass auf ihn. Oh, ich wurde voll zermahlen. Ich war schon, ich habe ausgewichen und direkt drückt drauf, drückt drauf. Oh Gott, geht nicht wieder los. Oh nein. Rot, grün, rosa, blau, blau. Pink, 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 pink. Ich schwöre, wie ist das nicht pink? Oh, Alter, ich dachte gerade schon. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, ich war, was ist jetzt? Jetzt ist pink. Als ob es zwei miteinander gelb ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Das wird doch nie mehr neben passieren, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie das ist. Es war gerade blau. Oh mein Gott. Oh, jetzt wird das Safety zwei miteinander blau sein, oder? Niemals. Glaube ich auch nicht, glaube ich auch nicht. Doch, ich glaube schon. Wobei? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Oder? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Oh mein Gott. Ja, wie überlebt. Ich wäre da so safe gewesen die ganze Zeit. Ey, richtig. Und ganz viele Münzen. Und ein Tsunami. 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 Oh, 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 oh. Schnell. Schnell. Schnell nach oben, Kaspar. Schnell. Oh mein Gott. So hoch, du kannst. Hier, hier, hier. Der Tsunami ist was da. Ich bin oben. Warum sind überhaupt schon zwei hier oben? Wir müssen schnell geschafft. Ich bin auch oben. Ich bin auch oben. Okay, Brock. Alter, springt runter. Der ist runtergesprungen. Die Nats kommt jetzt. Nein. Ich gehe direkt runter. Ich will den Knopf drücken. Ich auch. Ich drücke ihn. Und? Ich drücke ihn. 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 Ja. Fußball wieder. Oh, Fußball. Jetzt machen wir schnell ein Tor. Schnell, 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 Tor. Ja. Richtig. Guck mal. Wer hat wohl den Knopf gedrückt, ha? Nein. Ja. Ganz richtig. Du hast ihn gedrückt? Ich habe ihn gedrückt. Nicht du. Ich will ihn jetzt als nächstes drücken. Hä, wir haben doch da schon ein Tor gemacht. Was soll das? Ja, wir müssen warten. Oh, ich drücke. Oh nein. Ich war nicht drückt. Du machst du Wasser. Ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Ich brenne. Oh Gott. Oh Gott, ey. Oh mein Gott, aber auch. Ich würde lieber rausgehen, wenn ich du wäre. Ich drücke jetzt lieber den Knopf. Oh. Oh, guck mal. 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 Oh Gott. Ich auch schon wieder. Das war's. Och Mann, oh. Ich sage, es ist dieses Pad hier. Ja. Ach Gott. Hä? Es gibt doch gar kein Pad mehr. Oh nein. Wir wurden veröffentlicht. Nein. Nein. Ich habe ein Schwert. Hä? Ich habe ein Schwert. Ja, ich habe ein Schwert. Ah. Ich habe dich. Ey, nicht mich. Mann. Ja. Ja, hier überlebt hier heute keiner mehr. Warum holst du mich dreckt? Alter, weil du keine Chance hast. Ich habe fast alle geholt. Jetzt ein letzter lebt noch. Da leben noch voll viele. Weil die leben noch einfach vier Leute. So, hier. Dich habe ich. Dich habe ich auch. Oh Gott. Oh, dich habe ich ja auch so. Wo bist du? Es neben immer noch zwei Stück. Oder bis oben? Beide auf. Nee, ist eben drei Stück noch. Hier ist ein Seil. Da gehe ich mal ganz kurz hoch. Die kriegst du niemals. Oh mein Gott. Oder eine Sprache. Hätte einer, der kann fliegen. Der kann fliegen. Den habe ich. Wo ist der nächste? Oh, das glaube ich mir auch. Ich habe es mir auch gekauft. Was soll den denn bekommen da oben mit dem Jetpack? Ja. Hat keine Chance. Ich drücke wieder auf den Knopf. Ja, ich habe drauf gedrückt. Bei all das erreicht ist das Ende. Schnell, da komme ich aus. Guck mal. In eine riesige Flutwelle. Guck mal. Schnell. Oh mein Gott. Das ist ja richtiges Cheaten. Siehst du mich? Du Cheatest. Du Cheatest ja richtig. Nee. Nee. Ich kann richtig hoch fliegen, ne? Der grumpf fliegst. Hier. Und dann habe ich eine goldene, rote Münze, die ich einsammelst. Ich habe einfach ein Jackpad. Ein Jackpack. Schaue ich die noch zu holen? Oh mein Gott. Ja, ich schaffe es doch, die zu holen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kaspar Tsunami. Hä? 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 Ich habe mich erwischt, aber war der noch nicht mal in der Nähe. Hä? Was sollte das denn? Ich fliege jetzt über den Tsunami rüber. Ich kann mal nett sein. Das kann mir nix. Guck mal. Hau rein. Ich sehe es. Ich sehe es. Ja, Mann ey. Alter. Du konntest die rote Münze noch holen. Siehst du die? Da rechts. Stimmt. Stimmt. Die hole ich mir noch. Oh. Holst du die noch? Holst du die noch? Hey. Nein. Du hast sie nicht mehr begangen. Ey. So knapp gewesen. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Säure breitet sich ja aus. Oh Gott. Pass auf. Oh nein. Oh Gott. Oh nein. Ja, aber wohin? 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 Wohin fliegt man jetzt bloß? Das ist ja so okay, ne? Hihihi. Boah, ich bin hier auf dem Baum schon gesaved. Schau mal, ich bin auf dem Knopf drauf. Nicht gesaved. Oh Gott, ich bin hier safe. Easy. Alles gut. Gar nichts los. Wie kann man denn hier drauf gehen? Oh, ich soll ja schnell geklopfen. Oh, drück drauf. Drück drauf. Ja. Oh. Geld, 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 Geld. Nein. Wichtig. Zwei Stück habe ich eingesammelt. Wie viel hast du das gebracht? Weiß ich nicht. Genau. Ich habe jetzt auf jeden Fall 120 Coins. Oha. Ich habe 285. Das kann man sich eigentlich kaufen. Muss man doch. Hier ist der Shop. Man kann sich. Oh, wir können es eigentlich gar nicht. Man kann sich das Jetpack aus dem kaufen. Für 1000. Wee. Okay. Nee. Oh, guck mal. Ich kann richtig schnell durch die Welt fliegen. Ich habe nur Melone gekauft. Warte. Ich muss schnell gehen. Wieso? Was ist denn? Was ist denn? Was soll denn passieren hier? Ich bin nur auf dem Haus drauf. Bist du nicht? Nee. Äh. Da ganz oben irgendwo? Bist du hier irgendwo? Ja, da bist du. Alter. Der fliegt. Ich sehe das Ende vom Regenbogen. Ja, ne? Das ist ja anscheinend hier oben drauf. Nee. Nee. Okay, okay. Man kann ja richtig herzlich so zwischen den Häusern auch gehen und sowas. Ja, ich leider nicht, weil du so gut fliegen kannst. Nee. Nee. Man kann sich noch mehr kaufen. Ich habe gerade gesehen. Ich kann mir auch. Okay, jetzt so dicht drauf. Da. Ich kann mir einen Ball kaufen, Kasper. Äh, Vorsicht. Hä? Was denn? Ähm. Bist du mein Ball? Pass auf, hier sind Bananenschalen auf dem Boden. Guck dir das mal bald jetzt. Hier. Oh Gott. Nein. Das ist ja der Erste, der sich die Form schnappt, die gefragt wird. Welche Form? Wo denn? Was für eine Form? Nein, die Münze. Nein, die wollte ich haben. Hä? Hä? Finde den leuchtend gelben Stern. Ich sehe ihn. Nein, Herr Sven. Nein. Ja. Ich habe sie genannt. Nein. Oh, Münzen für mich. Münzen für mich. Oh, nächste, nächste. Finde einen dunkelblauen Zylinder. Nein, ich bin jetzt hier eingesperrt. Oh, Kasper. Pass auf, wir sind auf dem Grill. Ich bin auf dem Steak. Pass auf, du bist genau bei der heißen Fläche, Brock. Du wurdest gegrillt. Ich wurde einfach gegrillt. Ich sehe es gerade. Du bist da machen ein leckeres Stück Steak. Ich gucke dir gerade zu. Du wirst es bestimmt gleich schaffen. Okay, ich werde hier nicht einmal irgendwas Heißes berühren. Guck mal hier. Alter, ich finde die Hände wären hier auf ganz Ende. Oh Gott. Oh, pass auf. Ey. Oh mein Gott, jetzt sind mehrere Flächen. Das sind gleichzeitig heiß. Oh Gott, oh Gott. Du hast schon gut Damage bekommen. Es kommen immer mehr, Kasper. Oh, was wird jetzt heiß? Die beiden. Oh, jetzt werden die beiden heiß. Oh, alles gut. Hier bin ich safe. Holy moly. Oh, hier bin ich auch wieder safe. Springe ich hier zwischen mal. Ach, wir wurden leider alle gegrillt. Okay, pass auf. Ich drück drauf. Ja, ich hab voll. Die Dinos. Hast du schon mal einen fliegenden Dino gesehen? Was? Hey, du bist doch so ein Flugdienst. Hä? Welche gezeigte Farbe? Was, das ist braun? Ah. Hey, das war doch. Ich wusste nicht, welche Farbe. Wo denn? Ich auch nicht. Ich glaube, es war die Schrift. Ach nein, das ist braun. Ach, verdammt. Ach man, warum wusstest du das denn? Ich wollte ein Dino bleiben. Oh Mann, ich auch. Verdammt. Die, die überleben, bleiben jetzt gleich ein Dino. Oh, okay, Kasper. Ich hoffe, du bist bereit für diesen Kampf. Okay, ja, bin ich, bin ich. Laser Kampf. Ja. Ich schieße auf dich hier. Piu. Oh, ich hab berechnet, woher läuft er. Ich hab berechnet, hier ist er. Oh, ich hab ihn zerlasert. Oh. Oh. Er deckt dir keinen ab. Oh. Ich schieße hier auf dich. Oh. Oh mein Gott. Ja, wieder ein zerlaser. Ja. Nein. Hab ich schon. Und. Schon. Hab schon. Am letzten Jahr, komm, den letzten. Ja, wieder zerlasert. 1 gegen 1, Prox. Nein. Na Mann. Ist das vorbei, oder was? Ich hab dich geholt. Oh, okay. So, okay. So, die hier. Stell. Nicht köschen. Wow. Oha. Oh mein Gott. Ich gucke die Abkunft zu gern. Oh mein Gott, die ist so schnell. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Du bist nicht so weit geflogen, oder was? Und ich bin erst da. Nein, ich bin noch nicht mal geschafft, Bro. Ich hab's nicht mal geschafft. Das wurde dir gefallen. Kurz vorm Ende, ja. Aber dafür drück ich jetzt als erstes auf den Knopf gleich. Gar nicht. Doch. Du bist schon da hinten. Hä? Ich seh dich gerade. Hab ich noch Zeit? Ich könnte nochmal laufen, oder? Ja, jetzt schaffst du es nicht mehr. Jetzt drück ich als erstes auf den Knopf. Ja. Jihihi. Ich guck, ich hab... Ach, Mann. Eine Bombe. Pass auf, pass auf. Eine Bombe. 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 Hier geht doch locker hoch. Okay, okay, die war ja richtig schlecht, die Bombe, ne? Ja, die war echt nicht so gut, muss ich sagen. Ich drück drauf wieder. Und? Ja, ich hab... Und? Es stimmt nur eine Tür. Die richtige Tür. Oh mein Gott. Oh Gott, es war richtig Tür. Ah. Nein. Okay, dann ist es rechts, rechts. Es ist rechts und dann wieder ganz links. Oh mein Gott. Das kannst du nicht richtig geraten ab. Hä? Alter, ich falle hier auf der Bandernschale aus. Ich auch. Ich kann die auch stellen. Auch noch durch hier. Ja, es ist links. Letzte, letzte, letzte. Okay, welche wird's? Nein. Ja, ich weiß, welche es ist. Ja, alle Münzen meine. Oh mein Gott. Es ist die ganz rechts. Unfair. Oh Gott. Nein. Pass auf. Pass auf, pass auf. Pass auf. Das Ding kommt. Oh mein Gott. Ja, ja, alles gut. Wow. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da hat gerade schon viele. Alter, Boni, da hat so viel umgerollt. Ey, guck mal, die da drüben. Die läuft ja gerade hoch. Stimmt. Siehst du die? Die hat da irgendwas vor oder so? Wenn du es einfach berührst, bist du down, ne? Ah. Ja, ey, Alter, selbst schuldig. Ich sag's doch noch, wenn du es einmal berührst, dann war es das mit dir. Wieso läufst du denn da trotzdem rein? Ja, ich dachte, ich muss da irgendwas umholen. Na, ganz im Ernst, ey. Was sollte das? Hier war da ein Ball für dich. Ich hab ein Ball nach unten. Er fällt nicht runter. Jetzt fällt er runter. Ja, ja, ja. Jetzt riech ich noch als Letzter auf den Knopf. Ja. Au. Nein, ich hab nicht. Ich glaub, du hast. Nee, du hast, du hast, du hast. Okay. Deswegen wird die Bombe auch krasser sein diesmal. Ja, und da hat sie direkt dann weggespringt. Perfekt. Da hast du sie direkt weggehauen, Alter. Lass mal, guck mal, wir sind hier gefangen. Was? Oh nein. Oh mein Gott, irgendwas ist das für ein Labor hier. Das sieht ja voll gruselig aus. Was ist das hier? Das Portal ist offen. Mach weiter. Guck mal, man kann hier durchgehen. Hier kann ich durch. Loll. Wo ist das Portal hin? Wie muss das Portal hin? Wo ist das denn? Ist es weg? Nee, du kannst nicht herangehen wieder. Okay, das ist aber anscheinend. Okay, also deine erste Wahl ist dein Vote. Okay, also wir müssen jetzt überlegen. Hier, wähle immer die richtige Rutsche. Ah, okay. Also Burger King oder McDonald's? McDonald's. Ich sag's jetzt, wir haben mehr McDonald's. Wir müssen jetzt überlegen, wer hat was am meisten gewählt. Das heißt, ich glaube, McDonald's mögen die meisten. Und rein hier. Alter, guck mal, wie viele Stimmen. 2.000 für McDonald's. Was? Alter. Was? Hab ich hier jetzt gerade? Nix, ne? Hey, warte mal. Hier ist noch ein Pfeil. Wo geht's hier hin? In welche Richtung müssen wir? Also wir sind ja in den Backrooms. Wir müssen hier. Nächstes hier steht da. Oh, I don't have it. Unglaublich, ne? Wir müssen ja hier auch rauskommen aus dem Backrooms. Oh mein Gott, hier ist ein Abzeichen. Geil. Sehr cool. Danke. Wahrscheinlich war da ein Abzeichen. In dem Raum, in dem Raum. In dem Raum. Ja, in dem kleinen Raum, ne? Okay, dann haben wir jetzt hier das nächste. Die beste Speckart. Also wie ist man bei dem Backrooms? Knusprig oder knusprig? Knusprig. Natürlich knusprig. Ist das so eine Frage? Hier ist so rein hier ins Knusprige. Oh ja. Und da haben wir 275.000 Leute abgestimmt. Okay. Okay, das ist auch krass, ne? Das sieht kein Weg aus. Draußen, okay. Hier erstmal rüber. Jetzt muss ich runterfallen, ne? Das musst du alles von vorne machen. Ich weiß. Von vorne würde ich auf jeden Fall nichts machen. Also das wäre ich sehr unangenehm. Was wäre besser? Marshmallow-Regen oder Skittles-Regen? Oh mein Gott. Oh nein. Oh. Ich sag dir, weißt du, was ich eigentlich sagen würde? Skittles tun weh, ne? Marshmallow-Regen, weil das schön weich ist. Ich weiß. Und Skittles tun weh. Aber, so wie ich mir das... Was ist denn da noch? Ne, ach so, es ist nur Fenster. Aber Skittles... Was ich mir jetzt vorstellen könnte, haben alle Skittles gewählt, weil die berühmter sind. Gerade auch in Amerika. Oder? Okay. Ich weiß nicht. Okay, komm, Skittles. Skittles sind bunt. Skittles? Skittles sind bunt. Und Skittles sind bunt. Skittles sind bunt. Oh mein Gott, ein bisschen mehr. 30.000 Stimmen nur mehr. Was? Gott sei Dank, Alter. Aber knapp. Das hätte richtig böse enden können. Aber knapp. Haben wir für alles richtig geraten, ne? Also, wir schlagen uns sehr, sehr gut. Hier sind doch irgendwelche ekligen Fitzen gerade, ne? Das Abzeichen! Ich seh' dich doch da, was laberst du, ich seh' das doch. Da war ich gerade in dem Raum, da war ein krasses Abzeichen. Okay, lass mal hier hochklettert. Mal gucken, was haben wir jetzt hier? Den ganzen Tag nassen Pullover oder den ganzen Tag nasse Jeans. Oh. Ich sag dir, safe nasse Jeans. Nasser Pullover, safe nicht. Nein, wer mag denn bitte schön nasse Hosen tragen? Bro, nasser Pullover ist immer so eklig wie nasse Jeans. Okay, wenn du meinst. Natürlich! Wenn du meinst, auch rein. Okay, okay. Hä, mal gucken. Oh. Tja, die Leute sind wohl auf meiner Seite. Wo bist du, hä, Kasper? Oh, Manno! Hier bin ich, auch nasser Pullover. Hä, bist du draufgegangen eben, oder was? Nein, ich hab lieber noch gewartet, dass ich irgendwo geguckt habe, was das richtig ist. Was hättest du lieber? Ein extra Finger? Ein extra Finger oder ein extra Zeh? Hä, aber guck mal, wie eklig das mit den Finger aussieht. Safe extra Zeh, oder? Aber obwohl, was bringt denn extra Finger? Weißt du? Es bringt dir ja eigentlich nichts. In den Finger könntest du halt bisher mehr Schmuck, aber dann würden dich die Leute immer angucken, von wegen, ih, guck mal, der hat den extra Finger. Eben, deswegen, ich werde dich, glaub ich, lieber. Was ist das doch? Hä, was? Hä, das ist Football. Ja, die Amerikaner nennen den Football, aber die Engeln, äh, hier, die Briten nennen alle Sucker, ne? Ja, siehste. Ja, und richtig. Ja, Fußball, Fußball, stelle ich mir. Ja, ja, ja. Problem ist richtig auf jeden Fall gefehlt. Also das Zweite war ja das Richtige, ne? Haben wir auch. Oh, das sieht krass aus, ne? Was, Abzeichen, ja! Achso, echt, das ist so schlecht, der ist also. Schlechter geht's nicht mehr. Was wärst du lieber? Der Schlauste im Raum? Der Lustigste oder der Schlauste? Oder der Lustigste. Also es hat beides Vorteile, wenn du der Lustigste bist, kannst du ganz viel Geld... Ah, das war alles dumm von dir. Das war alles dumm von dir. Oh mein Gott, ja! Der Smarteste nämlich. Nein! Ich hab schon wieder falsch... Ich bin bei Santa zu Hause, wie cool! Wie bei Santa zu Hause? Nein, ist es nicht Santa! Das ist der Grinch! Hilfe, es ist der Grinch! Ja, ich wusste es. Er kommt aus dem Schornstein, auuuh! Ich wusste es, tja, Kaspar. Und wow! Ich hab lange auf dich gewartet. Was hast denn du da auf den Spiel? Leider kann ich mich nicht umdrehen, aber selber Effekt. Okay, okay. Okay. Oh wow! Ich bin ja so erschrocken. Unglaublich. Mein Gott! Okay, sag mal hier, was ist besser? Apfel oder Orangen? Wie heißt es schön? Two apples a day keeps the doctor away. Aha, one apple a day heißt das. Ein Apfel am Tag. Nein, das ist nachgeprüft, dass man zwei Apfel trägt, um gesünder zu leben. Okay, zwei am Tag. So, dann lass mal ein bisschen runtergehen. Oh, was haben wir hier? Oh, hier ist wieder so komische, eklige Farbe, nicht berühren. Ich weiß, ich weiß, das stinkt extrem doll. Die Tür, die magische Tür. Okay. Oh nein. Was haben wir jetzt hier links? Oh mein Gott! Ein Abzeichen! Ja, da einfach im Raum drinne. Und was ist cool hier bei dir? Genau, Kaspar. Hey, hier ist ja ein Loch, wie cool. Und hier ist, hey, das ist natürlich ein Abzeichen, doll. Hey, bei mir war da ein Abzeichen. Danke. Bei dir war da ein Abzeichen. Hey, ja. Backroofs. Bei dir war da ein Abzeichen. Ja, aber das war so ein Backroof. Backroofs Mops. Hi, hi. Wenn du so ein Rutschenspiel merkst du selber, oder was? Ja. Okay. Das würdest du lieber zuerst hören. Sag mal lieber. Die schlechten Nachrichten oder die guten? Ich würde sagen, zuerst immer die schlechten und dann die. Zuerst die guten Nachrichten und dann die schlechten. Logischerweise und das jeder. Hä? Wieso war das falsch, hä? Also ich weiß einfach, wie jeder denkt, Leute. Das ist halt das Ding, ne? Bro, also guck mal. Nein, wer ist hier? Du bist dreimal falsch gesagt, Kasper. Warte mal, das Telefon klingelt. Ich muss hier kurz rangehen. Hallo, wer ist da? Du hast eine ganz, ganz schlechte Quote, muss ich sagen, ne? Die Quote von dir ist nicht. Aber ey, mal ganz im Ernst. Mal ganz im Ernst. Wieso zuerst die schlechten und dann kann man über die guten, weißt du, so ein bisschen wieder die Stimmung wieder hochziehen? Hä? Na klar. Ja, da ist so, weil sonst ist es so, du freust dich so mega die ganze Zeit und dann bist du auf einmal ganz traurig. Was ist, wenn wir denn zuerst die schlechten Nachrichten hören? Wer will sowas? Sag mal einfach die guten Nachrichten, dann ist alles gut. Also die schlechten dann gar nicht mehr, sagst du? So, dann komm, los. Ich sag dir jetzt. Ich komme. Jetzt haben wir hier Android oder IOS. Oh, das ist jetzt schwierig. Das ist ja ganz klar, ganz, ganz klar. Nee, ganz klar, das ist doch nicht, ne? Nee, also die meisten Kinder spielen tatsächlich, glaube ich, auf Android, ne? Aber ich sag' IOS. IOS ist besser. Ja, iPhone kennt man schon. Oh, ja. Sehr gut. Ja, deutlich, deutlich. Einfach dreimal so viele Stimmen, Leute. Oh, krass, krass, krass. Und hier, was ist das hier? Ah, abzeichnen, ja. Taco Bell oder Chipotle? Chipotle ist sowas wie so ein Burger, was ist das, so ein mexikanisches Restaurant, ne? Ja, so Burritos und sowas, ne? Und Taco Bell ist Pizza. Okay, was lieber? Taco Bell sind Tacos. So, ich übe jetzt gerade, Burritos oder Tacos? Burritos, Burritos, Burritos. Ja. Ja. Nein, ich bin in einem Fahrstuhl. Ja, und jetzt, was für ein Killer kommt da bei dir? Hallo? Wer ist hier? Oh, wer ist denn das? Hau ab, der hat die Bahn durchbrochen. Lass mich. Selbstschuld, selbstschuld. Ich versteck mich hinterher. Ich versteck mich hinterher. Er hat mich geholt. Er hat mich komplett zusammengeprügelt. Tja, echt gehabt. Echt gehabt. Ey, das war wahrscheinlich auch so eine richtig knappe Entscheidung oder so gewesen. Nein, 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 nein. Das war ganz, ganz klar. Voll viel haben Taco Bell gemacht, oder was? Mhm. Ey. Taco Bell gibt es hier auch viel länger und das kennt man viel mehr. So, okay. Dann will ich jetzt Taco Bell links zum ersten Mal falsch liegen. Hier, die nehmen alle Taco Bell. Wie kann man so falsch liegen wie du? Mal gucken, wie viele waren das? Ja, gut, okay. Oh, okay. Drei mal so viel ist schon krass. Das ist schon krass. Ja, ist zu viel. Okay, wir laufen weiter, wieder mal gucken, was hier noch kommt. Okay, dann geht es hier weiter auf jeden Fall. Oh, das wird hier immer enger alles, der Raum. Okay. Oh, stimmt. Oh mein Gott, dieser Laser-Obby hier. Einfach Laser, Bro. Okay, vorsichtig. Oh mein Gott. Jetzt sind wir in so einem riesigen Raum. Hä? Was wärst du lieber? Der reicheste der Welt oder der schlauste? Also das Ding ist, wenn du der schlauste bist. Wenn man schlau ist, bist du auch gleichzeitig reich. Weil du kannst dir krasse Ideen ausdenken. Ich weiß, du hast recht. Aber wenn du reich bist, dann bist du reich. Du musst auch nicht mehr schlau sein. Aber was bringt dir reich und dumm zu sein, weißt du? Du schaust reich, Leute. Hä? Ja. Wieso wollen Leute nicht reich sein? Doppelt so viel. Thaddeus, 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 Thaddeus. Oh mein Gott, ich lauf weg. Er kann nichts machen. Ich lauf weg. Oh, du hast keine, du hast keine. Der böse Thaddeus hat mich geholt, Leute. Tja, echt gehabt. Natürlich will man lieber schlauer sein, Bro. Egal ist das Geld. Hä? Aber ja, weil wenn du reich bist, kannst du dir bestimmt Wissen ankaufen. Ja. Oder du bist schlau und machst so, dass du reich wirst. Das kann natürlich auch sein. Aber nur, wenn man schlau ist, wird man nicht direkt reich. Nee, aber du kannst dir krasse Ideen ausdenken. Und irgendwie, du wirst schon schlau. Okay, dann lass mal nach oben gehen jetzt wieder. Hast du dir jemals die Nase gedrückt? Hä? Hast du denn gedrückt? Meint der gepopelt oder was? Ja oder nein? Das hat, glaube ich, jeder mal in seinem Leben gemacht. Jeder hat das schon mal gemacht. Ja, jetzt hier. Außer die Lügen jetzt. Wollen wir nicht lügen? Oh mein Gott. 300.000 haben das gemacht. In welchen müssen wir lieber leben? Baumhaus oder Höhle? Ey, wer will denn in einer Höhle leben? Oh mein Gott, guck mal da runter. Guck mal da runter. Wow. Alter, da geht es ins Nichts. Hä? Alter, ist ja anders tief da unten. Da geht es einfach ins Nichts. Ins Void oder so. Oh ja, safe. Oh ja. Oh Gott. Hier, vorsichtig. Okay. Du kannst ihn nicht blockieren. Schade. Baumhaus. Jeder nimmt Baumhaus. 100%. Alter. Drei. 130.000 Stunden. Das war noch nie. Oh. Noch keine Frage, die extrem krass war, ne? Es heißt, das ist der Ausgang. Kannst du ihn testen? Wie jetzt testen? Gehen wir mal. Wollen wir da rein? Gehen wir mal in den Ausgang. Oh. Wow. Das war gar nicht der Ausgang. Der hat uns veräppelt. Das beste Instrument. Schlagzeug, Gitarre oder Klavier? Oh mein Gott, das ist so schwer, ne? Ich sag Klavier. Ich sag Klavier. Das ist so schwer. Klavier war es auf gar keinen Fall. Das ist das Schlagzeug. Ja, ich glaub's nicht. Das ist das Schlagzeug. Nein. Das haben gerade mal 20.000 am Schlagzeug genommen. Ich bin im Fahrstuhl jetzt drin. E-Gitarre. Es war Klavier, Leute. Es war E-Gitarre. Es war Klavier. Nein, es war Klavier. Es war Klavier. So. Ja, sehr gut. Aber auch knapp. Knapp, Leute. 80.000. Okay, jetzt haben wir hier bester Goldfisch. Bester Goldfisch. Ein Komet, ein Blasenauge. Locker Komet. Der will dann bla... Oh, der linke sieht auch cool aus, ne? Komm, Komet. Komet, Goldfisch. Enttäusch mich nicht. Du bist gar nicht Gold. Oh, jawohl. Ja, sehr gut. Ich dachte jetzt schon, dass der das nachher nicht ist, ne? Das hätte auch böse enden können, muss ich sagen. Hätte auch sein können. Hätte sein können. Du hast recht. Oh, nein. Am meisten Spaß auf dem Spielplatz. Rutsche, Schaukel, Seesäge. Also hier so eine Wippe. Wippe, ne? Seesäge. Rutsche, Schaukel. Rutsche, oder? Safety, Rutsche ist am ganzen Tag. Yeah, Rutsche. Wir sind doch immer eine Rutsche. Hier und... Ja, guck mal. Oh mein Gott. Nur 900 Stimmen mehr. Wieso? Oh mein Gott, wie knapp. Das hätte übertrieben knapp sein können, grad, ne? Es kann doch noch knapp werden, wenn jetzt mehrere Leute die Schaukel nehmen. Oh mein Gott, pass auf, warte. Jimmy. Oh. Wow. Ich bin ganz tief hier unten. Alter, hier unten kannst du tauchen. Badewanne. Oh mein Gott. Ozean und See. Oh, ist jemand rausgekommen? Einer ist rausgekommen. Der wäre es auch zum Schwimmen. Badewanne, oder? Badewanne war es auch nicht. Ja. Oh mein Gott, was ist denn hier jetzt? Das war falsch. Wie cool. Hm, Kaspar, genau. Nein, Squid Game. Ich guck dir doch gar nicht an. Oh. Es ist nämlich Ozean. Es ist Ozean. Ozean? Er ist sicher? Ja, ich bin mir sicher. Ja, das ist ein Ozean. Ozean und... Wow. Als wenn es wirklich Ozean war. Ja. Hey, ich bin See reingegangen, Bro. Weil ich dachte, du veräppelt es nicht. Ich hab doch gesagt, Ozean. Mein Gott. Gruseliges Monster. Vampir, Wehrwürf oder Zombies? Locker Zombies. Zombies. Oh, nee, Wehrwürfe ist es. Nein, nein, nein. Es ist Wehrwürfe. Zombies. Oh, es sind die Zombies. Ja, das war doch klar. Alter, okay. Hier können wir hochgehen. Hier können wir rutschen. Dann können wir hochgehen, ne? Ne, das geht nicht. Sicher? Ne, okay. Aber natürlich können wir die runterrutschen. Rot ist beste Farbe. Gelb. Und ich gehe in den Whirlpool. Der bringt dir nichts, ne? Bestes Trollgesicht ganz rechts. Ganz rechts. Ganz rechts oder ganz rechts? Was ist ganz rechts? 100%? Oh Gott. Ja, guck dir das an. 10.000, die anderen. Digga, was ist das richtig krank? Hier. Und zwar der nutzloseste Schlüssel. Hä? Der Key. Also sozusagen die Taste. Die nutzloseste Taste auf der Mord. Die Welt. Was denn? Der Schöpf nutzt man doch. Nein, was denn das hier? Nutztlos. Das kenn ich gar nicht. SCR-Lock? Pause und Break. Kenn ich gar nicht. Oh mein Gott. Das kann anscheinend viele auch nicht. Beste Art von Eis für Getränke. Würfel. Hä? Würfel. Wahrscheinlich Halbmond, oder? Wahrscheinlich Nugget. Wahrscheinlich Nugget, Alter. Oh ja, Mann. Deutlich. Ganz deutlich war jetzt gerade, ne? Sehr, sehr. Also wenn da was anderes geantwortet, hätte ganz komisch. Ja, der wäre auf jeden Fall ganz los gewesen. Hier ist anscheinend ein krasser Pool. Da müsst ihr einfach runtertauchen, ne? Da müsst ihr einfach durchtauchen. Äh. Oder auch nicht, ne? Oder auch nicht. Okay. Hier. Ah, hier. Stein, Papier oder Schere. Oh, Stein. Alle nehmen immer Stein. Ich habe auch irgendwie Stein gerade im Kopf. Locker Stein mehr. Ja, sehr gut. Alter, 90.000 Stimmen, ne? Oh. Wo ist dein Strahlenanzug? Zieh das an und geh rein. Okay. Warte mal, warum ist dein Strahlenanzug? Gibt es hier irgendwo versteckt? Komm, man lebt nur einmal. Oh mein Gott. Ich habe ihn angezogen. Was? Oh mein Gott. Schlimmster. Wo sind wir denn jetzt? Oh mein Gott. Schlimmster Burger. Alter. Der sieht ja richtig crazy aus, ne? Zahnpasta Burger. Welches? Haar Burger. Oh. Festlicher, leichter Burger. Was gibt es hier alles? Ich sage dir, der Fingernagel Burger ist, glaube ich, der ekligste, oder? Der Fingernagel Burger ist der ekligste, ne? Zu 1.000. Wow. Hä? Welcher denn dann? Locker der Haar Burger. Nein, Squid Game. Oh mein Gott. Wo bin ich denn jetzt? Nein, die Gläser zerplatzen. Die Gläser zerplatzen. Ich bin weggeschleidert. Ah, ich wurde vor den ganzen Gläsern getroffen. Aua. Oh nein. So, Haar Burger war rein. Und... Es war der Haar Burger. Ja. Mit 32.000 zu 25.000. Oh mein Gott. Okay. Ah, okay. Das war natürlich... Was ist das denn? Bestes KI-generiertes YouTube-Thumbnail. Ähm. Lol. Was? Okay, krass. Lol. Einfach so KI-generiertes YouTube. Äh, locker. Welche sieht am coolsten aus? Das hier. B. Ja, ne? B sieht eigentlich am coolsten aus. I. Das war nur. Ich höre hier aber schon die Squid Game-Puppe. Aua. McDonald's Burger. Was soll ich denn jetzt? Er ruft mit einem McDonald's Burger. Du Siren-It. Oh Gott. Aua. Es kommen voll viele Monster, Alter. Ich habe noch keinen Doppel gehabt, ne? Okay, dann ist das auf jeden Fall das Rechte. Das Rechte, glaube ich. Ja, wie auch sagen. D, oder? D. Oder... Nee, A sieht am coolsten aus. D, 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 D. Ja. Sehr gut, Leute. Sehr gut. Wie viele waren es? Wie viele waren es? Als wenn ich darauf reinfalle. Der Drache. Als würde ich darauf reinfallen. Der Drache hat mich verbrannt. Okay, hast du eins genommen? Hast du eins genommen? Ja. Welches war das? A, ne? Das musst du jetzt herausfinden. War es A? Ja, es war A. Es war A. Okay, sehr gut. Danke, dass ich dir vertrauen kann. Kein Problem. So, 34.000 Stunden. Ey, krass. Deutlich, ne? Beste Chips. Beste Chips. Hm. Fritos, Geparden. Doritos. Cheetos. Crunchy Cheetos. Doritos. Doritos auf jeden Fall. Doritos sind die besten, Leute. Ja, zack, arm. Rein damit. Ey, Bro. Was soll das denn? Die haben alle keinen Geschmack auf einmal mehr. Was denn jetzt? Ist so. Und hier heißt der noch mit Doritos. Pennywise. Local Backroom Gamework. Hä? Was ist das denn? Oh, mich hat Pennywise. Der programmiert was. Wie? Was programmiert der? Was meinst du? Warte, fünf. Hä? Zerstörung. Bam. Oh mein Gott. Was war das denn? Okay, dann sind es locker. Die Cheetos. Die Cheetos, würde ich auch sagen. Die Cheetos, Leute. Oh, ii. Das ist ein Witz. Das kann doch nicht sein. Oh mein Gott, das sind Tostitos. Wer kennt die denn? Ich kenne die gar nicht. Bro, ich habe noch nie von denen gehört Tostitos. Was soll das sein? 44.000 Stimmen, Alter. Die Tostitos. Okay, krass. Oh, das ist jetzt. Sommer, Herbst, Winter. Ich überlege jetzt auch gerade. Sommer, Herbst, Winter. Also wer hier was anderes als der Sommer nimmt, der ist. Alles klar, Sommer, Leute. Also Sommer ist echt beste Zeit. Ah! Alter, das ist unglaublich. Locker ist es gerade Winter, weil es sch... The Rock! The Rock! Nein! Ah, ich bin im Regen mit... Er fühlt mich nicht. Oh, habe ich trotzdem geholt. The Rock, Alter. Oh, mal gucken. Hier, Herbst. Und? Was, Winter? Winter war es. Ja, Winter war es. Ey, ich vertraue denen jetzt nicht mehr. Also wer Herbst sagt, ist los. Es ist auf jeden Fall Winter jetzt. Sommer oder Winter sind die zwei Sachen. Ja, Winter. Ja, hier oben bin ich doch schon. Hallo. Okay. Guck mal, bestes Puppet-Spielzeug. Der T-Rex, ne? Oder der Regenbogen? Der Regenbogen, ganz offensichtlich, 1000%. Hä, was? Meinst du? Das stimmt. Okay, hier, jetzt können wir... Ausgang! Ja, raus hier! Das sieht gefährlich aus. Da mal rein jetzt hier in die Rutsche. Wow! Oha! Hä? Hä, wir sind entkommen, oder? Ne, Lokos ist entkommen. Irgendeine andere. In 29 Minuten. Das heißt, wir sollten auch gleich entkommen. Oh Gott. Das stimmt. Hier rechts. Hier lang. Hier müssen wir, glaube ich, durch. Ein Abzeichen. Also echt. Dann müssen wir da lang, geradeaus. Hier müssen wir durch. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, ich gehe jetzt rüber. Oh nein, hier geht die Frage weiter. Das beste Ei im Rührei? Fünf Fragen. Rührei, Sandwich, übereifrig, Omelette oder hart gekocht? Äh, Spiegelei. Rührei, oder? Spiegelei. Oh! Was, Spiegelei? Das war es nicht, Bro. Nein! Yeah! Okay, wir gehen ja schon mal weiter, Leute. Es war das Spiegelei, Kollege. Als wir zwölf das Spiegelei waren, ich dachte, du hast mich veräppelt. Nö. Beste Hunderasse. Hell noll, als Sven. Locker ist das hier, der Husky, Leute. Ich bin mir sehr sicher, das ist der Husky oder der Golden Flieber. Jeder wählt den Husky aus. Komm, rein in den Husky. Locker. Jeder liebt Huskys. Oh, ja! Gut. Sehr, sehr gut. Bester Schaustieler, um Mario im Live-Action-Film zu spielen. Oh mein Gott. Brad Pitt, Johnny Depp, Leslie, oder Liam Neeson. Lein Neeson. Hey, guck mal! Tom Cruise heißt einfach Kreuzfahrt. Kreuzfahrt! Wie schlecht! Wie schlecht wegen Cruise. Hä, der sieht am krassesten aus, muss ich sagen, mit dem Schnurrbart, Neeson. Ich glaube, mit dem wehen sie auch. Oh mein Gott. Ich bin so ein Profi, Leute. Hä? Tom Kreuzfahrt. Tom Kreuzfahrt. Als wärst du so krass. Ja, stimmt. Okay, lass uns hier weitergehen. Ich bin auf jeden Fall Profi. Ich sag dir, ich bin Profi. Leg dich nicht mit mir an. Und ich bin Profi. Bestes Emoji. Herzaugenschrei, Grinsen, Lachsmiley. Lachsmiley. Herzaugen. Locker die Herzaugen. Oh mein Gott. Alter, wie du es weißt, Profi. Was ist mit dir? Was ist mit dir? Ich bin so ein Profi einfach, na? Ich weiß hier alles. Nicht schlecht, ja. Nicht schlecht. Okay, weiter. Bester Keks. Oreo. Oreo. Oreo, Oreo, Oreo. Schokoladenchip, sage ich. Du bist das. Das ist der All-Time-Classic. Oh mein Gott. Ich bin so ein Profi, Leute. Nein. Nein, ey, als wenn du das schon wieder richtig hattest. Ich bin so... Oh mein Gott. Okay, komm hier rein. Oh nein. Hast du falsch genommen? Die Kacke. Oh Gott. Ah, die kam raus. Au. Iss mal deine Oreos. Ich bin Oreos aber leckerer als so Cookies. Ich bin auch Oreos leckerer als das, muss ich sagen. Ich bin mal richtig Bock auf so fette Oreos, muss ich sagen. Oh, mit Milch. Kennst du Oreos mit Milch? Oh, hör mir auf. Okay, jetzt hier durch die Rutsche. Wow. Oh. Raus hier. Wo bin ich? Wow. Wo sind wir? In den Backrooms wieder. Da. Oh, ich bin vor dir draußen. Ausgehangen. Ich bin vor dir draußen. Ich bin vor dir draußen. Egal, trotzdem hauptsache rausgekommen. Vor dir draußen. Ja, wir haben es geschafft. In 32 Sekunden. Sehr gut. Ey, sehr gut. Guck mal, hier kann ein Picador. Da kann man ein Picador spielen irgendwann. Also, wenn wir das machen wollen. Yeah. Yo, Kasper, lauf, schnell weg. Oh mein Gott, pass auf. So, was ist hier? Da sind böse Buchstaben. Siehst du um die Ecke? Böse Buchstaben? Böse Buchstaben. Hier sind doch keine bösen Buchstaben. Ist das nicht ein Buchstaben hier? Oh mein Gott, pass auf. Oh mein Gott, oh mein Gott, pass auf. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, lauf. Hier muss ein Schlüssel rein. Hier sind also die ganzen ABC-Lors gerade, oder was? Ja, ich sehe es gerade. Die ganzen gruseligen Buchstaben. Hier ist noch ein Generator. Anmachen, so. Okay, ich habe schon mega viele angemacht, ne? Sehr gut, sehr gut. Ja, fünf Stück haben wir schon. Sehr, sehr schön. Guck mal, wie das hier auch voll ist. Ein Stück erst? Ist das hier eine Schule? Ich weiß nicht, was es hier ist. Es sieht aus wie eine Schule, ne? Oh Gott, das G. Oh mein Gott, das G. Oh mein Gott, das G. Wieso kann das auf einmal da? Das G ist einfach richtig, richtig wild unterwegs. Voll erschrocken, das war auch voll laut auf einmal. Das ist F, das tut so, als würde ich das F nicht sehen, ne? Hier sind halt auch so Sachen. Hier muss man zum Beispiel mit Laser, das fre... Dahinter dem Laser ist ein Generator. Nee, der Laser ist ein Generator? Man muss anscheinend ein paar Sachen immer so freischalten. Okay. Okay, gut zu wissen. Warte mal, hier ist ein Safe. Kann ich den öffnen? Ich komme mal ganz kurz zu dir. Also das F versteckt sich immer so. Oh mein Gott, das E ist hier. Wo bist du denn? Ich bin hier mitten in so einer Sackgasse. Ich komme mal kurz zurück zu dir. Ah, ich sehe den Laser gerade, auch hier mit dem Schlüssel. Genau, 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 genau. Wir müssen halt immer so Schlüssel finden, aber ich weiß halt nicht mal wo. Warte mal, ist hier ein Schlüssel? Hier ist eine Box. Hier ist eine Box. Hier ist eine Box. Hier ist eine Box. Kannst du auch machen? Nee, ne? Tee, entkonfiniert, normal. Also das hier ist eine Kaffeterie, ja? Das wäre echt gut, wenn wir die Winstens auch bekommen könnten, ne? Die Boxen oder was? ABC-Kaffee, oh Gott. Hier kommt das, da liegt ein Schlüssel. Seid mal. Wie können wir da durch? Ja, hier müssen wir rein, hier müssen wir irgendwie rein. Warte mal, kann man sich die Holzbretter wegmachen? Äh, davon brauchen wir vielleicht einen Hammer oder sowas, ne? Ja, stimmt, stimmt. Äh, okay, gut gesehen. Okay, dann lassen wir hier kurz weiter gucken. Ich gehe hier gerade um die Ecken so rum. Ja, irgendwas. Wollen wir mal was, ob da ist jemand. Haben wir doch bestimmt, hier ist so ein Notizbuch, haben wir doch bestimmt schon übersehen. Aber das können wir nicht aufsammeln, ne? Nee, nee, leider nicht. Müller, da ist auch nichts drin. Irgendwo muss ja hier locker ein Hammer oder sowas sein, ne? Safe oder irgendwie so ein Brecheisen. Oder ein Brecheisen, stimmt. Oder eine Axt. Hier ist halt, hier ist das schwarze Schloss. Also hier muss ein schwarzer Schlüssel rein. Wahrscheinlich der, den wir eben gesehen haben. Ja, das, ja, ja. Also wir haben auch noch einen grünen Schlüssel. Ja, und wir müssen da rein, um die anderen Generatoren zu finden. Das heißt, wahrscheinlich hat jemand schon den Hammer aufgesammelt, aber weiß nicht, wohin damit, weißt du? Könnte wahrscheinlich auch gut sein. Oh Gott! Lauf! Das E kommt! Weg da, weg da, weg da! Oh, ich verstecke mich hier gerade. Ich verstecke mich hier gerade. Das sieht dich da, Bro! Das sieht mich doch nicht. Natürlich sieht dich das da. Ist das weg? Nein, ist das weg? So viele Buchstaben. Ja, gut, okay. Das F da versteckt. Okay, was ist hier? Guck mal gerade weiter jetzt hier in den Ecken. Hier ist eine Leiter oben. Ist hier irgendwo der Hammer versteckt? Hier vielleicht ist ja auch keinem mit einem Hammer oder so in der Hand. Nee, ich auch nicht. Hab ich auch nicht gesehen. Das heißt, er liegt noch irgendwo. Oh Gott! Alter, das geht hier auf einmal. Ey, mich hat ein Spieler eingesperrt. Oh Gott, noch nicht. Nein, wie hier ein Spieler eingesperrt? Er hat mich gerade in die Ecke eingesperrt, als er gerade das E kam. Achso, achso. Hier lang. Hier müssen wir aufpassen. Hä, aber ich finde hier gerade das nicht. Hier ist halt auch ein Durchgang. Ein gelber mit Laser. Was ist da drin? Warte mal. Da ist ein Code drin. 1987. 1987? Hä, wo soll man... Und hier ist ein gelber Schlüssel. Ist da drin noch ein Generator. Ich frage mich, ob hier vielleicht irgendwo in der Mitte noch irgendwas liegt. Weißt du? Ja. Man muss... Wir müssen... Ja, also ich glaube, wir müssen irgendwo diesen Code eingeben. 1987. Den muss man irgendwo eingeben können. 1987. Ich gucke gerade hier, dass wir irgendwas hier finden können. Oh Gott, oh Gott. Da backt der durch die Wand durch da, ne? 1, 9, 8, 7. Äh, hier... Ich erfolge da eine die ganze Zeit. Nervt. Okay, hier ist anscheinend irgendwie... Hä, also... Warte mal. Ich habe ein bisschen Angst, um hier Laser durchzugehen. Also wir müssen irgendwo es garantiert... Da ist der Code. Ich sehe es, okay. Aber da kann man nicht ran. Wir müssen erst die Laser abschalten. Wir folgen alle gerade. Übersehen wir irgendwas? Ich glaube ja. Also irgendwas muss hier noch sein, was wir nicht sehen. Hier sind ja mehrere Schlüssel. Oder da kann man sich nicht drauf, ne? Also die Schlüssel sind ja in diesem Raum mit diesem weißen. 1987. Ich sehe es gerade. Hier sind auch noch weiße... Oh mein Gott. Ja. Da sind halt auch Schlüssel drin, dem weißen Generator. Da ist ein Buchstabe H. Der chillt da einfach in der Ecke. Und was ist denn hier? Hier sind gelber Schlüssel. Oh Gott, das E verfolgt mich gerade. Ich laufe da nochmal lang. Da muss noch was gewesen sein. Warte mal. Wo bist du denn? Hier ist ein Hammer! Wo denn? Oh mein Gott, den kann ich aber gar nicht... Oh mein Gott, zwei Buchstaben! Nein! Wo bist du? Ich laufe bei so Trophäen. Hier ist ein Hammer, aber den kann ich nicht aufsammeln. Du kannst den Hammer nicht aufsammeln? Beim Spawn, beim Spawn. Beim Spawn. Hier sind drei Hammer, aber die kann ich alle nicht aufsammeln. In der Mitte. Hier, genau. Da, wo du warst. Hier. Hier sind Hammer. Ich komm, ich komm, ich komm. Aber die kann ich nicht aufsammeln. Die brauchen wir doch safe. Ach nee, ich glaube nicht, dass man die nutzen muss. Meinst du nicht? Hier, guck mal, der hält den so. Der hält den so. Ja, aber den kann man... Da ist auch noch ein Hammer hier. Ja. Wie sind noch zwei andere? Geht da von irgendeinem Hammer? Nein, gar nichts. Nee, nee, die kannst du nicht aufsammeln. Müsst du irgendwelche anderen Hammer aufsammeln. Hier ist sogar auch noch so eine Ora... Ja, da ist ein Ora-Schlüssel. Okay, mach auf, mach auf, mach auf. Okay, jetzt kann ich hier das Ding auflappen. Und grüner Schlüssel. Und grünen Schlüssel. Loool. Okay. Okay, sehr gut. Dann lass mal gucken, hier vorn. Oh, hinter mir ist direkt ein F. Die Geilertons sind wieder ausgegangen, warte mal. Okay, warte mal. Ach, die gehen nach der Zeit wieder aus. Ah, dann mach sie kurz wieder an. Ja, sehr gut. Oh, er verfolgt den Lüftrat, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, pass bloß auf, da. Pass bloß auf. Wo ist das grüne Schloss nochmal? Pass auf, das G ist hinter uns, das G ist hinter uns. Hier ist ja auch noch ein Generator schwarzer Schlüssel. Okay, G verfolgen wir jetzt die ganze Zeit, ne? Ich guck grad, hier ist die grüne Tür. Okay, mal auf. Tür aufgemacht, Tür aufgemacht, Tür aufgemacht. Okay, da ist ein Hammer drin. Ja, und jetzt hammer die zum Holz, zum Holz. Oh Gott, oh Gott. Ja, komm mit, komm mit, ich weiß wo. Komm mit, hier lang, hier lang. Und jetzt hier rein in den Raum. Hier rein in den Raum und jetzt links. Hier war das eben, hier war das eben. Warte, hier vorne war das hier. Hier links, oder was? Hier ist es, ja, hier ist es. Bei mir. Zurück wieder ein bisschen, zurück wieder ein bisschen. Hier bin ich, ja. Pass auf, da ist aber der Docker, das G, oder nicht? Nein, hier ist nichts, kannst du auch mal. Oh mein Gott, da ist doch das, der F... Lauf, mach auf, schnell! Ah! Ja, sehr gut. Und Generator auch noch, sehr schön, ja. Schwarzer Schlüssel, oder was ist das? Schwarzer Schlüssel auf jeden Fall. Okay, komm mit, komm mit, ich weiß wo das ist. Hier vorne direkt, Flos. Ey, der hat mir immer nur dieses eine orange Ding finden müssen, ne? Ja, wir waren einfach blind die ganze Zeit, so, aufgemacht und... Wie ist der Lilianne-Schlüssel? Der Lilianne-Schlüssel, okay, komm mit, ich weiß auch direkt wo der muss. Ist hier kein Generator drin? Ne, stimmt, kein Generator, stimmt. Krass, krass. Ey, hört sich immer so an. Aber ist keiner, ne? Ne, ich glaube, das ist so ein Windzug, oder sowas. Hier, komm, mit dem Liliannen hast du gerade, oder welchen? Ich habe jetzt den Liliannen. Oh Gott, pass auf, nicht rechts lang. Dann müssen wir dieses eine Ding, da ist noch ein Generator vor uns. Ja, 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 ich mache an, ich mache an. Das eine Ding war draußen, ne? Ja. Okay, das G kommt auch von einer Seite. Ja, der Lilianne-Safe war das draußen. Oh Gott, das ist eh, kurz dran und vorbei, dran und vorbei. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay, okay, hier rein in den Raum. Ey, das war richtig schlecht gemacht, ne? Das war richtig schlecht, oder? Ja, ja, safe, safe. Okay, mach auf, da. Und hier war das Ding, und da haben wir jetzt den Schraubenschlüssel. Für diesen Laser, für den roten Laser, glaube ich. Für den roten Laser, bist du sicher? Ja, oh Gott, pass auf, hier glaube ich, hier glaube ich. Oh mein Gott, da sind zwei. Hier dran, probier mal. Ja, sehr gut. Geht nicht, geht nicht. Ehrlich? Ist auf, ist auf, Generator hier. Und jetzt der Code, wie war der nochmal? Wie war der nochmal, weißt du das noch? 1087, steht da doch, oder nicht? Ja, stimmt, aber jetzt? Ach, da kommen wir noch nicht raus, wir brauchen noch einen goldenen Schlüssel. Okay, warte mal, hier ist doch der Code, 1087. Hä, aber wir brauchen jetzt einen goldenen Schlüssel? Ja! Warte mal, ich habe hier so eine Checkkarte. Sind die noch davor? Ja! Oh mein Gott. Ist irgendwas passiert? Was passiert? Okay, es hat gepiept, also alles gut, glaube ich. Ich habe jetzt noch den Schraubenschlüssel in der Hand, ne? Ja, wir brauchen noch den goldenen Schlüssel und wir brauchen auch noch einen Hammer nochmal. Okay, komm, lass mal gucken, wir müssen, wir haben noch irgendwas übersehen. Irgendwann zum Schlüssel. Dropst du die Sachen jedes Mal wieder danach, ja, ne? Ich glaube, keine Ahnung. Hier, oh mein Gott, hier ist doch ein Hammer. Ehrlich? Lol, mitten im Raum hast du einfach nicht gesehen. Ja, wo denn? Hier bei diesen Laserstrahlen, oh mein Gott. Hier ist einfach noch so ein Hammer drin gewesen, mitten im Raum. Bei welchen Laserstrahlen? Ja, hier bei diesen Laserstrahlen, bei dieser Checkkarte, siehst du mich? Äh, warte mal, ich muss mich mal wieder ganz kurz zurückgehen, du bist ja jetzt von woanders gerade. Ja, konnte ich gerade die Bohlen wegmachen, sehr gut. Jetzt fehlt nur noch der goldene Schlüssel. Ja, da bei diesen Laserstrahlen, bei diesem, was du aufgemacht hast, bei dieser Ticketbude. Da war ein Hammer hier auf dem Boden. Ja, du warst so blind, guck mal, hier drin, da bist du reingelaufen und hier links lag einfach ein Hammer auf dem Boden. Ja, nein, das ist der Hammer, den habe ich doch eben schon aufgesammelt. Ach so, den hast du da, ach so. Ja, das war der Hammer von ihm, die Sachen, die spawnen, ihre Urschwungsort. Ah, okay. Das heißt, wir brauchen jetzt nur den goldenen Schlüssel. Hier! Wo? Oh mein Gott, Bruder, er ist einfach hier auf Klo. Auf Klo? Hier liegt er einfach. Lol. Guck mal. Aber uns fehlt auch noch ein Generator. Das stimmt. Ist der vielleicht draußen? Nee, aber draußen ist das ein Exit. Es leuchtet auch rot, das Schild. Das heißt, es muss grün leuchten, damit wir raus können. Ja. Das heißt, es fehlt ein Generator. Es fehlt ein einziger Generator. Wenn wir den nicht anmachen, können wir nicht raus. Hier hinten vielleicht? Nee, hier ist so eine Box. Auch nicht da drin. Wo ist denn was bewacht? Ein Elf da gerade? Ja. Soll ich mich vorbeischleichen? Passt das? Oh mein Gott. Oh ja, oh, sehr gut. Hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Guck mal, ich weiß, was mir auch aufgefallen ist. Hier ist ein Spinn drin, in diesem Serverraum hier. Der einfach rot leuchtet. Das ist da noch was drin. Aber da ist nichts drin. Okay, dann machen wir auf, das Ding ist hier. Mal gucken. Okay, komm. Und öffnen. Oh mein Gott. Ist hier? Hä? Oh mein Gott, es geht weiter, es geht weiter. Hä? Hä, wo lang? Wo sind die hier? Unsich passel Labyrinth. Unsich passel Labyrinth. Oder fehlt der letzte Generator? Ist hier der letzte Generator? Ich sag's doch. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, wir brauchen tatsächlich den letzten Generator. Hä? Jetzt hast du die Tür aufgemacht, aber es bringt halt nichts. Wo ist der? Wo könnte der sein? Warte mal, ich geh mal hier lang nochmal. Weil hier ist keiner. Hier. Oh mein Gott, Bruder. Er ist hier in diesem Raum. Er ist hier in diesem Raum hier drin. Bruder, wie können wir hier nicht drauf kommen? Es fehlt einer. Zack. 10 vor 10 und jetzt können wir auch raus, glaube ich. Jetzt können wir nämlich rausgehen, ne? Ich sehe jetzt gerade, der Strom ist ausgefallen eben, gerade hat die Lehrerin gesagt. Genau, und wir wollen natürlich auch weiter Unterricht machen, damit wir auch ganz viel lernen können, ne? Dann lassen wir kurz gucken, wo der Stromkasten ist. Hier hinten vielleicht irgendwo? Wir müssen nämlich anscheinend sind an diesem Stromkasten auch ganz viele Granatoren angeschraubt. Oh mein Gott. Die Türen, wir sind hier überall so bunte Türen, auch die auf und zu gehen. Naja, wir müssen hier, genau, wir müssen zu diesen Generatoren, Kaspar, hier, zu diesen Generatoren. Ah, jetzt habe ich mich reingefunden. Und die müssen wir wieder anmachen. Ah, okay, zwei von zwölf haben wir schon. Um dann quasi den Hauptgenerator quasi wieder zu betreiben mit Strom. Ja, hier hinten ist noch einer, hier hinten ist noch einer. So, zack, angeschraubt. Ey, hier sind noch voll... Oh mein Gott, was ist das denn? Was ist da? Was ist da? Was ist da? Du verfolgt so ein Auge. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich komm, ich komm, wo bist du? Wo bist du? Ich bin in der Turnhalle. Ich komm, was ist da? Hier, hier, hier. Alter, was geht jetzt los? Hier ist so ein Buch auf dem Boden. Oh mein Gott, jetzt gehe ich in so einen Keller rein, Kaspar. Was war denn da? Was war da? Was war da? Ein Auge auf zwei Beinen. Das ist ja voll wie immer noch, Kaspar. Hier ist ein Generator. Wieso? Weil die Musik nicht aufhört. Oh nein, so. Ich habe jetzt schon drei Stück angemacht. Alter, wie viel habt ihr denn schon? Noch gar nichts. Doch, fünf von zwölf haben wir jetzt schon. Es ist ja mega dunkel hier drin, ne? Echt voll dunkel. Nur die Taschenabbe bringt was ein bisschen. Hier vorne. Oh mein Gott, die Musik hört nicht auf. Da ist noch ein Generator. Den mache ich jetzt nochmal an. Da ist noch ein Generator. Der ist schon an. Ey, ich habe schon so viele Generatoren jetzt angemacht. Unglaublich. Okay, die Musik hat aufgehört bei mir. Ich glaube, ich bin gerade in Sicherheit. Sehr gut, sehr gut. Oh nein, sie geht wieder weiter. Hier vorne in diesem Klassenraum. Ich glaube, ich muss hier irgendwo rechts rum oder so was. Also ich bin hier in so einem Gang. Da sind so ganz viele kleine Türen. Hier, okay, warte, ich komme jetzt wieder zu dir. Ich komme jetzt gerade zu dir. Die Treppe hoch. Treppe hoch? Wo ging denn die Treppe runter? Ich gehe jetzt mal ins Blaue hier, glaube ich, rein. Ist hier noch irgendwas drinnen? Hier steht, hilf mir. Was steht da denn? Ich bin in der Klasse jetzt bei dir. Ich finde, das steht auch, hilf mir. Das steht da auch gerade bei mir. Ey, die Musik, die hört nicht auf, Kasper. Bei mir ist keine gruselige. Bei mir ist einfach alles normal. Bei mir schon. Was ist da? Was ist da? Was ist das? Das Ding ist in der Turnhalle. Was für ein Ding denn, Alter? Ich weiß gar nicht, was das für ein Teil ist. Keine Ahnung. Ein Apfel? Der sieht aus wie so ein Augenwurm. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben. Lass uns mal die ganzen Generatoren finden. Warte mal. Könnte es sein, dass das aussieht wie ein Buchstabe? Wie ein A, ja. Könnte gut sein. Oh nein. Weißt du, was das dann sein könnte? Was denn? Dass das hier die Alphabet-Lors sind. Nein. Das sind so gruselige wie die Rainbow-Friends. Oh mein Gott. Die Musik gehört nicht auf, Kasper. Ich bin... Nein, geht immer weiter. Die Musik gehört nicht auf, Kasper, das ist in der Bücherei. Wo bist du? Hier, noch ein Generator. Alter, ich hab... Weißt du, ich bin der Einzige, der die hier anmacht. Ich hab schon ein Team und sechs Glück angemacht. Ich suche aber schon noch die ganze Zeit, ne? Ich glaube, in der Turnhalle sind noch welche, aber da können wir nicht hin. Ich hab ein gruseliges Schwein da auf dem Schreiben. Warte mal, hier sind noch Klassenräume. Hier kann man in einzelne Klassenräume reingehen, aber hier wurde schon angemacht. Hier, Halle. Ja, geh da nicht hin. Ich bin jetzt in der Turnhalle. Geh da nicht hin. Okay, schau auf. Da ist das Ding. Da steht das Ding irgendwie von der gelben Tür. Okay, okay, okay. Ich schau auf, ich schau auf. Ich geh gerade in die 7A. Ist hier vielleicht noch? Hier, Generator. L von 12 jetzt schon. Exit. Hier ist ein Ausgang. Aber die Tür ist zu für den Ausgang. Ja. Ich glaube, 8A waren wir, ne? Ich glaube, ja. Also, ich habe jetzt elf von zwölf Generatoren. Cafeteria. Sehr schön, ich auch. Waren wir schon, oder? Ja, tun wir, könnte was da hin. Ich höre hier was. Pass auf, das ist das Monster. Was ist das denn? Ja. Das ist ein A. Das ist der eine von den Alphabet-Lores. Und er guckt weiter auf die Tür. Ja, der hört dich auf zu gucken. Alter. Der hat Langeweile oder sowas. Ich gucke, ich komme. Da ist er, da ist er, da ist er. Guck mal, der wartet auf mich oder so. Ja, der wartet echt nur auf dich, habe ich das Gefühl, ne? Guck mal. Kann ich dich noch annehmen, ne? Okay. Ey, weg hier. Ein Generator. Ein letzter Fehl noch. Ich bin echt gespannt, was dann passiert wird, ne? Ich glaube, wir können nämlich hier durchgehen. Also, ich glaube, dann geht der Strom an. Ich habe halt in diese Richtung, wo wir jetzt hier gerade hinlaufen. Ist das hier Sackgasse? Nee, nee, wir können ja durchgehen durch die ganzen Klassenräume. Da habe ich eigentlich alle angeschalten. Also, ich habe eben einen hier angemacht, ne? Eben habe ich hier einen angemacht. Ja, gut. Ja, gut. Vielleicht fehlt hier noch einer. Hier sind nämlich noch mal Klassenräume. 5A zum Beispiel. Aber die haben keinen Generator. Schade. Hier eine 6A habe ich schon angemacht. 1A. Da, bei der 1A. Ja, wichtig. Okay, ich habe draufgelucht. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt geht das nicht wieder an, oder was? Was ist denn da jetzt? Da kommt irgendwas von unten. Hä? Oder? Was ist los? Ich gehe irgendwo hin. Wir sollen nach unten gehen, zu dem Typen, ne? Okay. Ich war eben da unten schon. Das war ein bisschen gut, so dich da unten, muss ich sagen. Wieso, was ist mit dem? Das ist unser Lehrer. Da, die Lehrer. Ich glaube, ich habe sie verloren. Aber wen hat sie verloren, ist jetzt die Frage, Leute. Finde alle mal Knete finden. Nein. Oh mein Gott, Buchstaben. Das A sind wir suchen, ne? Oh mein Gott, 26 Buchstaben finden. Was? Ne, ne. Hier sind auch R und sowas. R können wir auch finden. Hier ein großes Z. Lol. Okay, warte mal. Das sind alles große Buchstaben, ne? Das sind alles Buchstaben. Ja, die sind richtig groß, die Buchstaben. Alter. Hier ist noch, was ist das hier? Das ist noch ein Tablett noch. Okay. Da ist ein L für Leon. Ha. Ja, nicht schlecht. Ja, aber guck mal, ob du auch ein K findest. Für G für Gönnen. G für Gönnen. Ich gucke mal, wie vorne. Da liegt auch noch ein X. Einfach so vor dem, äh, vor dem Ding, ne? Hier, einfach so ein H. Oh mein Gott. Gut. Sehr schön. Das ganze Alphabet. Das ist das ganze Alphabet. Stimmt, das ganze Alphabet. Okay, ich habe schon das X also gefunden. Das ist, glaube ich, schon mal nicht schlecht. Da liegt noch irgendwas. Da liegt, glaube ich, ein T. Hier liegt ein T. Ich habe das T. Wo geht es denn jetzt hier hin? In die Cafeteria. Da gehe ich jetzt mal. Da war ich noch dran, glaube ich. Ich habe ein N. N ist auch wichtig. Ich gehe nochmal in die 6 A rein. Wir haben halt schon 13 Stücken. Da hast du auch sicher alle Klassen noch einmal durch. Ja, ja. Ich bin in alle reingegangen. Ich würde mal ganz wissen, ob hier irgendwas ist. Ja, hier ist noch ein K. K für Kasper. K für Kasper. Sehr gut. K für Kack Kasper. Gar nicht. Was soll das denn? Okay, Spaß. Das war nur ein Spaß. Gehen wir mal in die, warst du in der Bücherei schon? Ja, da war ich. Das ist alles durch. Habe ich auch schon alles gefunden. Hier, oh mein Gott. Auch in diesen Einzelräumen in der Bücherei? Nur zwei Zugänge zu Lobby und zu einem Foto. Ja, genau. Ich sehe es gerade. Da war ich schon drin, ja. Hier ist nichts, okay. Hier im Office. Dann vertraue ich dir mal, ne, wenn wir am Ende nachher die letzten Buchstaben nicht finden. Ich gucke nämlich gerade hier. Sind noch so Sachen abgesperrt, ne. Ey, hier sind noch voll viele. Hier ist ein J, dann ist hier drüben. Was ist hier noch? Ja, nimm die alle mit. Alle mitnehmen, alle mitnehmen. Alter, wie viel ist denn hier noch auf einmal? Aber in der Cafeteria war nichts mehr, ne? Ich bin jetzt in der Sporthalle. Ich gehe jetzt auch in die Sporthalle. Weht das schon als Monster. Ey, das ist Grusel. Was ist das denn? Wieso? Was ist das? Ich wusste, es ist Grusel. Was ist das? Nicht dahin. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Lauf. Nicht dahin, nicht dahin, nicht dahin. Das ist eine Fake-Tür. Das ist eine Fake-Tür. Das A verfolgt mich, Kaspar. Hier, weißt du, das ist ein Office, das ist ein Office, das ist ein Office. War die Tür auf, war die Tür auf. Komm rein, komm rein, komm rein. Alter. Hast du die grüne Fake-Tür gesehen eben? Hat das bei dir einen Jumpscare gemacht? Die blaue? Hast du die blaue nicht gesehen, Bro? Ich bin nicht ganz dahin gegangen zu dir. Die riesigen Augen? Ja, das habe ich schon gesehen, das habe ich schon gesehen, ja. Im Office ist es aber nichts, das ist das Lehrerzimmer. Im Office war ich schon, im Office war ich schon. Ach so, da warst du schon, okay. Was haben wir denn hier? Hier fehlt noch hier das D. Für Daumen dalassen, sehr gut. Für Daumen dalassen, das ist wirklich clever. Also fünf Buchstaben noch, ne? Komm her, komm her zu mir, komm her zu mir. In der Lobby bist du, oder was? Ja, ich bin auch Lobby, ja, komm ran, warte mal. Warst du auch hier bei den Klassenräumen? Ich bin hinter dir, hinter dir. Okay, okay, ich komme, ich komme. Was für ein Ding willst du mir jetzt zeigen, ha? Guck dir, da, da, guck, 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 guck. Mit dem Teil ist irgendwas. Siehst du das hier? Welches denn? Die Tür ist jetzt bei mir gerade auf, da läuft noch irgendwas rum. Ja, stimmt. Guck mal, mit der Tür stimmt irgendwas nicht. Ja, mit Augen oder so läuft. Oh mein Gott, es war nur die Tür, die zugegangen ist. Nein, das ist eine neue Fake-Tür, guck mal. Jetzt siehst du es, ja, guck. Ja, und da ist auch ein Monster da. Oh mein Gott, ich sehe es jetzt gerade, ne? Siehst du das? Oh mein Gott. Ist hier oben irgendwas noch drauf? Oh mein Gott. Pass auf, Kaspar. Kaspar, pass auf. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Jetzt ist hier auch gruselige Musik. Aufhören. Aufhören. Aber hier war nichts mehr, ne, wo wir jetzt waren. Ne, ich glaube nicht. Wir müssen dann mal rüber gehen zu den Klassenräumen. Oh, hier unten im Keller. Hier noch ein V mitten auf dem Boden. Warst du im Keller schon? Ne, war ich noch gar nicht. Da müsste auch... Hier noch ein A, das siehst du. Da sind auch so Grusel-Teddies oder sowas, ne? Hier sind ja voll viele Sachen noch. Ehrlich? Es fehlen nur noch zwei Buchstaben. Dann waren wir im Keller wahrscheinlich schon, ne? Im Keller waren wir noch nicht, glaube ich. Oder die anderen, weil ich sehe auch im Keller gerade nichts. Baby-Gruppe hier. Keller. Also der Keller, der scheint Krieg zu sein. Hier, Klasse 7a, safe hier drinne. Warst du da schon drin? Ne, hier war ich noch nicht. Das ist unsere Klasse hier, glaube ich. Also Keller ist auf jeden Fall safe. Da ist nichts mehr drin. Ein Buchstabe noch, Kasper. Einer. Ich weiß, ich weiß. Ich habe hier gerade drei Stück schon gefunden wieder. Warte mal. Hier vorne? Hier vielleicht? Ne, hier sind die Klassenräume. Ich spiele auch nochmal in die Klassenräume. Ey, ein Buchstabe, Leute. Das kann nicht sein jetzt hier. Ein einziger. Der muss irgendwo versteckt auf dem Boden liegen. Das Ding ist, der könnte jetzt überall sein, ne? Und ich glaube, die ganzen Klassenräume haben wir auf jeden Fall abgecheckt. Ja, safe. Also da war ich, glaube ich, in jedem Ding hier drin. Ich denke auch. Jetzt schau wir vorne nochmal an die 4a rein. Ja, das kann nicht sein. Wir waren so knapp jetzt gerade davor. Wo ist der? Wo ist der? 4a. Hier vorne nochmal. 1a. Hier vielleicht? Hier ist es auch safe, was übersehen. Hier hinten oder so. Nein. Ich habe die besten Augen, ich übersehe nichts. Sehr gründlich, nur sehr gründlich aufgeräumen, muss ich sagen. Ich habe wirklich sehr, sehr gründlich geguckt. Alle Klassen. Safe, safe, safe. Wie so ein Hausmeister, habe ich mich gefühlt. Also, okay. Jetzt müssen wir Lehrer für was kriegen. Hier liegt ein Elf in der Cafeteria. Ja, na siehst du. Okay. Sehr gut. Einfach in der Cafeteria, Alter. Alter, der letzte Buchstabe. Ohne Spaß. Gute Arbeit, Leute, sagt die Lehrerin. Aber wir brauchen ein paar Notizbücher, sagt sie. Notizbücher? 10 Stück. Okay, warte, die können wir finden. Hier, ich habe schon eins. Zack, Nummer 1. Wie in der Cafeteria? Es ist jetzt jedes Mal ein Monster noch dazugekommen, fällt mir gerade ein, ne? So ein Buchstabe. Dann ist noch eins, dann ist noch eins. Warte, ich habe auch noch ein Notizbuch. Jetzt haben wir schon 3 von 10. Zack, sehr schön. Das geht hier, aber jetzt noch die 10. Denkst du, das ist wieder in den Klassenräumen drin? Das wäre ein bisschen assi, ne? Denk ich mal. Doch, 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 doch. Okay, dann check ich das Ganze mal ab jetzt. Ich gehe mal in die Bücherei. So, ab geht's, Freunde, in die Bücherei. Ja, geht da vorne mal durch. Wir teilen uns da mal ein bisschen auf, würde ich sagen, bei den Klassenräumen und gucken da mal zeitgleich. Genau, der Typ guckt hat schon... Du hast gerade was gefunden, okay. Du warst auch hier in den geheimen Räumen, ja, ne? Ja, ja, ich glaube, es ist immer nur ein Ding in der... Ja, hier ist wieder eins. Das siehst du. Okay, ich bin direkt hinter dir, ja? Über eins pro Klassenraum oder so. Ich gehe mal in die 7a rein. Genau, gehe mal in die 7a rein. Ich glaube, da war einfach nichts verkehrt. Und in die 6a. Was? Da wundert, ob es in der 7a keins gibt. Hier steht ABC an der Tafel. Ehrlich? Nur bei dem Raum? In der siebten Klasse lernt es noch nicht mehr das ABC. Das hast du doch schon vorher gelernt. Ja, ja. Okay, warte, du bist jetzt gerade 7a reingegangen. Ja, ja, ich gehe gerade hier die Geheimgänge der 7a gerade durch. Ich gehe jetzt mal 2a. 2a. Ne, das muss alles in deine Richtung. Da, hier. Hier ist nichts mehr. Doch, doch, doch. Okay, 6 und 10. Dann gucke ich hier nochmal weiter. Hier ist nochmal 4a. Die ist die Klatsch zu kommen. Hey, was ist mit der Tür los? Was ist denn, was ist denn? Die wackelt so komisch. Die ist auch, die lässt sich gar nicht... Hier ist der Keller. Ist nicht von mir, ist nicht von mir. Hier in den Räumen ist es auf einmal kein Buch mehr, ne? Im Keller ist es bestimmt noch irgendwo. Hier ist auch ein Buch. Okay, jetzt haben wir schon 8 von 10. Alter, wie riesig. Da ist einer von den Rainbow Friends. Da ist Orange. Was? Ja, also als Puppe hier. Ich würde, dass hier im Keller nicht ein Buch ist. Hä, das kann doch nicht sein, oder was? Ich gehe jetzt mal in die Lobby. Hier hätte safe ein Buch sein müssen. Oh mein Gott, hier ist auch noch ein Buch. Sehr gut, eins noch, eins nur noch, eins nur noch. Ja, ja. Meinst du in der Sporthalle? Locker. Warst du schon da? Nee, nee, ich gehe rein jetzt. Geh mal rein, ich guck mal im Lehrer-Office. Ich guck mal im Lehrerzimmer. Oh, was ist da? Da ist der blaue. Okay, den kennen wir jetzt ja schon. Aber warum sind die alle immer in der Sporthalle? Frag ich mich. Ja, hier ist das Letzte in der Sporthalle. Und bam. Sehr gut, okay. Haben wir schon mal die Notizen hier gefunden. Ja, sehr sehr wichtig. Ich habe schlechte Nachrichten, sagt sie. Was ist denn schlechte Nachrichten denn? Wir haben es versucht, aber es hat nicht funktioniert. Und wir haben nicht viel Zeit. Was hat er versucht? Jede Stunde gibt es ein neues Monster. Wir müssen sofort gehen. Was? Was? Was sind denn für Monster denn da? Also diese Buchstaben oder was? Das ist so, Alter. Guck mal, jetzt sagt sie. Wir werden diese Anomalien besiegen, aber zuerst müssen wir raus. Okay? Finde den Schlüssel. Schlüssel, um zu entkommen. Nein. Was? Oh Gott, Kasper. Ein, 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 ein. Oh, da ist hier ein Führer. Oh mein Gott, die verfolgen einen übelst schnell. Ehrlich? Oh mein Gott. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Das sind auch gerade Ziele. Oh mein Gott. Wo können sie der Schlüssel sein? Im Lehrerzimmer vielleicht? Geh nicht in die Turnhalle rein. Mach ich nicht, mach ich nicht. Wo denkst du, könnte der Schlüssel sein? Ich gucke in der Lobby. Ich gucke in der Lobby. Ich gucke im Lehrerzimmer. Safe im Lehrerzimmer, oder nicht? Guck mal im Lehrerzimmer, genau. Ah, da bist du gerade. Okay, warte mal. Wenn hier nichts war, dann war ich hier nichts. Oh mein Gott, ich dachte, das wäre eine. Das wäre nur meine Taschenlampe. Ah, schade, schade, schade. Dann ist das locker in den Klassenräumen oder so, ne? Oder in der Turnhalle. Oder im Keller. Safe im Keller. Da war doch noch nichts. Da war doch bisher noch nichts. Oh mein Gott, da kommen Monster auf uns zu, Kaspar. Nein, ich bin im Klassenraum versteckt. Ich bin auch versteckt im Klassenraum. Das kann man... Ich hab ihn, oh mein Gott, Digga. Kann man sich nicht vorstellen. Alter, geh mal raus. Pass auf, das Monster. Geh mal raus. Hier, komm her, guck ihn dir mal an. Oh mein Gott, ist das... Oh mein Gott, sieht gruselig aus. Ja. Ah. Sammeln ihn ein, Kaspar. Ich sammeln ihn ein, ich hab ihn eingesammelt. Du hast gewonnen. Was? Oh mein Gott, wir haben ihn eingesammelt. Die ABC-Monster besiegt. Das war's, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt unbedingt das Video aus. Das ist auf jeden Fall echt mega, mega cool. Kann ich euch empfehlen. Draufklicken und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.